Hallo zusammen, mein Name ist Jalli und nach dem Intro gibt es wieder ein wunderschönes Reisevideo, diesmal aus der Schweiz. Wir waren im Mai 2021 mit einigen Freunden in der Nähe von Brienz unterwegs und das heutige Video dreht sich um unseren Ausflug auf das Stanzerhorn. Der 1900 Meter hohe Berg liegt züglich vom Vierwaldstätter See und hat eine Besonderheit, nämlich die Cabrio-Seilbahn. Kannte ich vor so auch nicht, dass man während der Fahrt oben unter freiem Himmel wie auf einer Dachterrasse stehen kann. Als Fotograf fand ich es aber super, schöne Landschaftsaufnahmen ohne störende Glasscheiben zu machen. Oben auf der Bergstation, der Ausblick war natürlich ebenfalls sensationell. Nachmittags ging es dann noch auf den nahegelegenen Bürgenstock mit 1100 Meter nicht ganz so hoch, liegt aber direkt am Vierwaldstätter See und man hat einen tollen Blick auf den See und Luzern. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da oder abonniert meinen YouTube-Kanal. Und jetzt viel Spaß mit dem Video, Film ab! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.